Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus, willkommen zurück zu Gears of War 4, wir sind wieder da, drum lasst gerne auch einen Daumen nach oben da. So, wir sind hier in den dicken, fetten Kampfrobotern drin, die uns der gute Bert gebracht hat, mit Coltrane. Mensch, was ist ein Familientreffen in der letzten Folge? Neue Generation trifft auf die ganz alte Generation. Schöne Szene gewesen. Okay, der Weg ist hier vorbei, wir müssen durch die Stadt gehen. Kann ich auch laufen? Jawohl. Nahkampf geht auch. Aufstampfen. Alles klar, Kinder. Zwischen euch und dem Dampf wimmelt es nur so von diesen Arschlöchen. Wow, danke, Onkel Baird. Hey, ihr schafft das. Wir schießen die ganze Zeit mit dem Kreis sägen. Heli, wir haben unendlich Munition. Oh, scheiße, Träger! Nein! Komm, Daniel. Nacker ab! Saenz, da am Tor! Apropos Tor. Berd, wir kommen nicht weiter. Diese Mechs haben Firmkampfzielsysteme. Markiert, was ihr wollt, ihr sprecht es! Ha, schön! Okay, okay, okay. Wow, wow, wow. Guck dir das an. Okay, vor der Luftunterstützung an. Tor zerstört. Gut, okay, dann gehen wir weiter. Ha, 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 ha. Das ist eigentlich meine Macht hier. Warum haben wir nicht schon viel früher mal Verstärkung gerufen? Oh, da steht noch welche. Die Feuerrate von den Dingern. Hey! Mach's gut. Ist er hier rübergeklettert? Jawohl. Bäm! Das ist ja noch geiler hier als Pacific Rim. Ey, ich komm nicht weiter, wenn du da stehst. Mach einen fetten Arsch, man. Bäm! Einmal durchlaufen. Bäume platt machen. Das ist ja nicht mal. Spielt euch für Erwachsene, Mann. Ach, und hier wohnt auch ganz bestimmt niemand mehr, oder? Also, ich wohne hier nicht. Heißen wir ihm ein! Luftangriff! Luftangriff auf den Hasher. Feuer! Erledigt! Danke, Sam! Das ist immer ein Gamechanger hier, ey. Wache war heiß gelaufen. Muss ich immer drauf achten. Wurde hier. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die schlechten, der halbe Schwarm ist enttäusch her. Ist uns nicht entgangen und die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, dass dein Dad echt stolz auf dich ist. Okay, also ich gehe dann mal weiter Monster töten. Papi, stolz auf mich. Das finde ich aber toll. Sag Bert, den Mac kriegt er nie wieder. Genau. Hey, denk nicht mal dran. Ey, ey, ey. Das Gute ist halt auch, dass die Mac diese alten Namen haben, ne? Einer Jack Junior. Jack, der Androide, den man immer dabei hatte, der immer die Türen öffnet hat. Und der andere, das war Betty 2. Und Betty war so eine Rick im zweiten Teil. Hey, da kommen mehr Herrscher! Mit einem Bohrer drauf. Okay, komm, die können wir hier nochmal. Markaden unterwegs. Haha, sie ist zerstört! Ich sehe es, dankeschön. Die kommt voll nicht klar, ey, die Gegner. Mit der Feuerrate. Und wieder volle Feuerpower hier. Das hätte ich gerne bei dem Bosskampf gehabt. Der hätte auch nichts zu lachen gehabt, der Typ. Noch einer. Paketen raus! Erledigt! Okay, wir kommen hier wohl nur durch diese Wand wieder raus. Welche Wand? Die da vorne, ja, ja. Komm mal hier, ey. Wer braucht schon ein Battlefield, wenn man hier auch alles zerstören kann? Oh, ich wollte dagegen laufen. Geht nicht. Kaboom! Kaboom, kaboom, kaboom! Yay! Spaß pur! Na los, über die Brücke! Oh, schöne Brücke. Autobahn. Aha! Jetzt habe ich irgendwie gar keinen Schiss mehr vor dir. Du büde Sau. Okay, jetzt kommt noch ein Swarm, ey. Mit Deckung. Ja, aber dieses Mal sucht er sich jemanden in seiner Größe. Richtig. Raketen sind raus. Er ist verletzt. Schießt auf die Blasen. Schießt auf die Blasen, ey. Okay. Raketen unterwegs. Yay! Kim Blase jetzt als erstes weggeschossen. Ja, scheiß heiß laufen immer. Da guckst du, wa? Er hat quasi keine Chance. Ey, musst du dich hier genau hinstellen? Feuer frei. Schießt. Wenn die dicken Arme nicht immer davor wären, ne? Könnte man doch noch viel besser treffen, ja. Jawohl. Es ist am Boden, aber noch nicht tot. Bin ich im. Jawohl. Mach ich kaputt, Junge. Ja. Der Swarmack ist erledigt. Jetzt nichts wie raus hier. Ja, klar. Aber wie? Kinder, zielt auf die Wand. Wir warnen euch einen Weg. Das hört sich echt gut an. Welche Wand diesmal? Die da. So schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Yeah. Runter ins Fluchtsbett. Okay, wir gehen nach links. Durch den Wald. Hey, Leute. Alles klar da unten? Ja. Na ja, so weit, so gut. Ne Ahnung, was da auf uns zukommt? Da sind ne Menge Viecher. Ziemlich große. Ich bin auch ziemlich groß, he? Ich glaube, mit groß kommen wir klar. Haha. Ich kenne es gar nicht anders. Ich kann das Auto wegschieben erst mal unten. Das ist doch mal was Geiles hier, ey. James, der Damm ist gleich voraus. Ähm, okay. Damm sehe ich noch nicht, aber hier sind Wax. Alte Schiffe oder so. Hey, mehr Häscher! Oh, scheiße, Träger! Wow, lass das! Oh! Ich bin gerade so fest. Das war der Träger, alles klar. Ich konnte auch nicht zurück. Hinter mir stand mein Kollege, der mich voll blockiert hat mal wieder. Mal wieder. Okay, bisschen zurückbleiben. Den Träger, der kommt da. Da ist... Ne, das ist jetzt der Herrscher. Hey, mehr Häscher! Feuer! Feuer! Voll emotionslos. Ja, Feuer! Nicht schießen lassen. Ja, das war's schon. Kannst mal sehen. Einmal einmal Fokus machen. Macht ihr den Abflug. Raketen unterwegs. Da sind noch zwei Träger. Und Fäscher. Aufmerksamkeit. Na ja, so wollte ich das eigentlich nicht. Raketen abgefeuert. Und tschüss! Feuer! Die Raketen müssen ich erstmal ein bisschen wieder aufladen. Einer ist da noch. Komm, machen wir den noch Platz. Feuer frei! Erledigt! Jawohl! Gut, es geht aufwärts. Und ich habe nicht gesagt, wir hätten es geschafft. Der weiß es sicher zu schätzen. Wir setzen hier fest. Brauchen Luftunterstützung. Aber ich dachte, ihr wollt da rüberspringen. Wir kommen nicht durch! Spreng doch den Weg frei! Was geht Verschwendung? Ich brauche für die Gegner. Verdammt, das Rad ist ein Problem! Ja, dieses Mal sind wir ein paar Kapfel größer. Dann vielleicht mitten durch! Macht die kaputt auf. Ha! Wir sind durch! Schön, dass man da nur echt ein Luftunterstützung braucht. Komm weg! Nachladen! Der Damm ist direkt voraus! Nehmen wir das Rad auseinander! Okay, das große Dammrad hier muss weg. Okay. Komm schon. Das kriegen wir hin. Wir drehen am Rad! Sieh, Junge! Ah, wir machen einfach eine Öffnung für uns in die Mitte, wo wir durchlatschen können. Das ist ja auch praktisch. Okay, wir sind beim Damm. Jetzt brauchen wir nur einen Weg hindurch. Aha. Und auf der anderen... Was war's für'n Geräusch? Achtung! Noch eins, Warmeck! Oh ja. Oh ja. Oh ja. Moment hat aber noch ziemlich viel Deckung da. Raketen unterwegs! Ah, wir haben mehr Raketen rausgefährt. Dieser Stein im Ding, der nervt. Da kommen sie! Mäck ihn ab da vorne! Schieb mal mit! Boah! Dreh dich doch mal weg! Na! Was hat er da nicht mal den anderen mit dem Ding, ey? Einfach mal so Akko tauschen oder so was. Raketen sind raus! Huh! Komm schon, das Kinn-Ding wegschießen! Interessant. Das trifft man einfach so schlecht! Oh, sag ich jetzt mit der Waffe oder mit der anderen, ey? Raketen unterwegs! Haben wir noch nichts gebracht. Ich finde schon... Meins, 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 meins! Jawoll! Noch mal das Gleiche? Oder andere... Na, er macht das Gleiche. Schade. Damn. Böck, Warmeck ist erledigt! Das sehe ich! Gut gemacht! Man sieht sich auf der anderen Seite! See you on the other side! And hello from the other side! Okay, mal auf! Kapitel 4. Freilassung. Schwarmstock! James, die Höhle! Sie ist da drin! Ganz sicher? Ja, das ist das Zentrum des Netzwerks! Dann holen wir sie da raus! Alter, ist ganz schön groß hier, das Nest! Oh, da kommt was! Nicht und niemand wird uns davon abhalten können! Wir fallen runter! Hey, die seismischen Netzwerke drehen hier völlig durch! Boah! Wir sind mittendrin im... im Schwarmnest, ey! Guck dir das mal an! Was zum Teufel? Schieß einfach! Auf was denn? Ja, wir haben sie! Komm, wir laufen einfach schnell durch! Kate, es kommt auf dich zu! Auf Kate! Boah! Ja, ja, ich lauf ja! Aber da kommen wieder neue! So, falls du auch stürzt hier gleich alles den Boden ein! Haffig! Abkühlen! Ausschalten! Oh, oh! Noch mehr! Ah, Raketen dauert zu lange! Ich wollte mal Raketen testen! Dauert irgendwie ein bisschen zu lange, Rad! Ich komm nicht weiter nach vorne! Was ist denn? Wer ist denn? Der... Johoho! Bist du der Chef? Okay, also das... Also das könnte uns vielleicht noch aufhalten! Red! Vielleicht hast du ein Rad für uns! Okay! Yeah! Ziel auf die Tentakel! Ja, ja! Marita! Ausweichen! Ja, 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 komm! Raketen unterwegs! Und ich glaub, das müssen wir noch mal machen! Hufschlag einsetzen! Auf die Schwachstelle! Raketen abgefeuert! Schöner Schuss! Okay, drei hat er noch! Passt auf die Stacheln aus! Oh! Ich schieß die Tentakel! Jawoll! Finish das Tentakel-Ding! Mach dich nicht vom Acker! Ohne deinem Tacker! Ah, ich kann nur das eine loswerden! Raketen unterwegs! Es funktioniert! So, jetzt bist du ziemlich einseitig dran, was? Da bist du ziemlich arm dran, Mann! Noch eins weniger! Lol! Da wird noch gar nichts gemacht! Egal! Ab ist ab! Ab! Feuer! 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 Nur noch einer! Nur noch einer! Dann ist er schwach! Dann ist er lappen! Heißgelaufen! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Aua! Da hat er mich fast noch erschlagen mit dem... mit der Patschehändchen hier! Hehehehe! 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 Ja, das war mir schon klar! Da ist ja noch mehr dran! Da ist ja noch mehr dran! Achtung! Es schießt! Oh scheiße! Sein! Da kommt was! Wow! Nicht den Heli! Nein! Scheiße! Wir schützen ab! Gut! Festhalten! Dad! Phil! Okay! Okay! Alle Mann raus da! Hehehehe! Ja, uns geht's gut! Aber wir müssen uns hier um den Schwarm kümmern! Erledigt das Mistvieh einfach! Jaja, einfach! Hey Burt! Wie steht's um den Raven? Was macht er denn jetzt? Ich hab da so eine Idee! Eine Idee! Ja! Hehehehe! Decepticon! Transformiert euch! Glocken kann ich jetzt! Achtung! Es verschießt wieder was! Hehehehe! Der Dean! Nimm dir das Bein vor! Ich kann doch nicht mal schießen! Komm! Laufen! 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 Naja! Und dann singen wir mal ein bisschen! Chirurgenarbeit! Da guckst du was! Ja, er schreit mich mit seinem Mundgeruch komplett nach hinten durch! Laufen! Komm, 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 komm! Ich bin gleich da! Ich bin gleich da! Oh oh! Oh oh! Nicht nochmal! Jenny! Mach es kalt! Ich bin gleich da! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Holen wir sie raus! Holen wir sie raus! Oh mein Gott! Du wusstest es! Nicht wahr? Ja! Aber ich wusste nicht, was wir finden! Wenn ihr mich befreit, sterbe ich! Dafür haben sie gesorgt! Katie! Schneid mich raus! Bitte! Rainer, bitte! Jenny! Du darfst sie nicht... Lass mich Abschied nehmen! Lass mich Abschied nehmen! hanya schnell die Beine! Mö Oftentimes sich das кажется ... Lebowski und Ursprung! Schnellen wir auch! Es ist okay. Ah! 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 Es ist noch nicht vorbei. Also, bring sie in Sicherheit. Ich brauche keinen Babysitter. Ich weiß. Du brauchst Zeit. Vertrau mir. Ich kenne das. Sie wollte, dass du sie bekommst. Die... Die gehörte meiner Großmutter. Hab sie nie kennengelernt. Sie ist wunderschön. Alter, was ein Cliffhanger-Ende hier. Puh. Ich weiß natürlich, dass drei Teile geplant sind wieder. Eine neue Trilogie. Was ein böses Ende hier. Was ein böses Ende. Boah, ey. Ich will den nächsten Teil. Jetzt. Sofort haben. Ei, ei. Was ein... Was ein Abschluss. Allein schon diese Mission hat so Spaß gemacht. Mit diesen Transformer-Dingern. Und Rainer hat es nicht geschafft. Wo... Jetzt ist natürlich die Frage, wofür haben sie sie da eingesponnen in dieses Netzwerk. Ich tippe einfach darauf, dass sie versucht haben, von ihrem Geist zu lernen, um das Netzwerk mit Informationen zu besorgen, weil sie halt da so eine Anführerin war. Aber, was auch noch dazu kommt, ähm, diese Kette, die spielt eine richtige Rolle. Erstens hat sie das eben so provokant in die Kamera gehalten. Von wegen, das gehört meiner Großmutter. Ich habe sie nie kennengelernt. Dieses Zeichen. Ich glaube, das ist ein Zeichen, was die Locust auch irgendwie kennen. Denn als der Schwarm Rainer im Dorf, ähm, da, da entführt hat, ist die Kamera auch auf diese Kette gegangen. Und deswegen hat er sie ja auch entführt und hat sie deswegen da auch eingesponnen. Ich glaube einfach, dass diese Kette irgendein Symbol ist von so einer alten, äh, Locust-Königin. Wir kennen ja schon eine Königin, die wir ja schon getroffen haben, die ja gestorben ist, die ja auch sehr menschlich aussah. Ich glaube einfach, sie wollten aus ihr auch eine neue Königin machen, weil, wegen dieser Kette, wegen diesem Zeichen da drauf. Da bin ich sehr gespannt, ob es da weitere Anhaltspunkte gibt, wenn, wenn der nächste Teil rauskommt. Ah, ist jetzt die Frage, wie, wie, wie lange sie sich Zeit lassen jetzt, um den nächsten Teil rauszubringen. Ich glaube aber, die nächste Trilogie war eigentlich jährlich geplant, wenn ich mich recht erinnere. Oder wenn nicht, dann halt auch ein bisschen länger. Aber das war jetzt ohne Witz. Ich habe jeden Gears of War Teil gespielt. Alle. Der vierte und das hier, der vierte, Gears of War 4, jetzt von, der jetzt von Collision gemacht wurde, ist meiner Meinung nach von, 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 von der Inszenierung und von, von der Art, wie die Story erzählt wird mit den Zwischensequenzen. Das ist der beste Teil. Ohne Witz. Das ist der beste Teil. Die anderen hatten immer so, so Teil, so, so, so Tiefpunkte mal drin, wo man denkt, ah, jetzt, äh, wieder rumballern, jetzt könnte ich mal wieder durch sein. Aber hier wird das immer wieder durch diese Zwischensequenzen, durch die Gespräche der, der Charaktere so gut aufgelockert, dass es so Bock gemacht hat, dieses Spiel zu spielen. Ich hatte so Spaß bei diesem Teil jetzt hier Gears of War 4. Ich hoffe, ihr auch beim Zusehen und bedanke mich bei allen, die hier das Let's Play angeschaut haben und unterstützt haben mit, mit, äh, Bewertungen, Daumen nach oben und Kommentaren. So ein guter Teil. Und der, der Schluss ist so böse. Ich glaube, es gab noch nie einen Gears of War Schluss, der so fies war wie das jetzt. Also so richtig abrupt zu Ende, wo man ganz genau weiß, da kommen noch mehr Teile. Was wir aber, also was ich jetzt von vornherein wusste. Ich habe, bevor ich diesen Teil hier gespielt habe, wusste ich, es werden drei Spiele wieder, eine neue Trilogie, die jetzt von Coalition gemacht wird. Und jetzt heißt es abwarten, bis das nächste kommt. Geiles Spiel. Also Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich lasse hier nochmal die, die Credits durchlaufen. Sollte es noch was nach den Credits geben, seht ihr das gleich. Hinten ran geschnitten. Sollte es nichts mehr geben, ist das Video vorbei. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Projekt auf meinem Kanal. Und bis zum nächsten Video auf meinem Kanal. Haut rein. Bis dann. Tschau tschau. Tschau tschau. structpt. Tja, 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 tja. Ähm, wo zur Hölle sind die alle? Oskar lebt! Oskar lebt noch! Was ist eine Szene noch nach den Credits? Oskar lebt, Leute! Und da sind wir auch wieder im Hauptmenü. Das kam auch nach den Credits. Und die letzten Worte. Wo zur Hölle sind alle? Ich kann euch sagen, wo alle sind. Wir warten auf den nächsten Teil. Wir warten auf Gears of War 5. Also Leute, haut rein. Ciao, ciao.